Wenn du von Börgl die Tagesaufgabe bekommen hast, vervollständige den Marker bei Great Oak Beacon. Dann zeige ich dir in diesem Video, wo genau dieser Marker steht. Wir wollen den Marker kompletieren, den man hier in Great Oak Beacon hingestellt hat. Das ist eine Aufgabe von Börgl. Und wenn ihr Börgl kennt, dann wisst ihr auch, wo das Labor ist. Ich zeige euch mal ganz kurz nur die Umgebung. Da oben ist der Marker, da müssen wir jetzt gleich hin. Und hier hinter der Eiche, da ist das Labor von Börgl. Aufpassen, hier in diesem Loch schlafen in der Regel Wolfsspinnen. Sehr gefährliche Ecke hier oben. Und hier gibt es dann zum Beispiel auch Eicheln. Die interessieren uns heute aber nicht, sondern wir wollen nur mal ganz kurz da oben hoch. Ist eine ganz schnelle Nummer, einfach hier über den Baumstamm, beziehungsweise diesen Ast. Für uns natürlich ein riesiges Gebilde. Dann einmal hier abbiegen. Genug Materialien dabei haben. Das ist nämlich immer entscheidend. Also nicht einfach nur hinlaufen, sondern habt genug Material dabei. Ihr braucht zwei Spring, zwei Plant Fiber und einen Clover Leaf. Und dann könnt ihr das Ding bauen. Und ihr seht, 100 Punkte für euch. So einfach ist diese Aufgabe von Börgl. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.